Hallo liebe Freunde, Diego hier. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir leben in der Zeit der Globalisierung, der großen Währungsräume, zum Beispiel im Euro-Raum und wir wissen, dass die Globalisierung nur Vorteile bringt. Zum Beispiel wir als Deutschland, aber ganz Europa generell, exportieren massenhaft Ware in die USA und nach Kanada und wir importieren massenhaft Ware aus China. China ist sozusagen die verlagerte Werkbank seit mindestens 20 Jahren. Und wir wissen selbstverständlich, dass die Globalisierung nur Vorteile bringt. Zum Beispiel China hat eine strikte Zero-Covid-Politik, vielleicht ein wenig gelockert jetzt. Das bedeutet, dass wenn China einen Lockdown verhängt, das ist Ausgangssperre in einem Stadtbezirk oder in einer ganzen Stadt. Und dann haben wir wirklich Probleme mit den Lieferketten. Also der lange Schwanz von Corona ist, was China und generell Südostasien betrifft, noch lange nicht vorbei. So, und wir haben diese Probleme. Wer zum Beispiel sich mit Wertschöpfungsketten, also mit Lieferketten beschäftigt, der weiß das. Und jetzt stellt sich die Frage, wir haben diese Schwierigkeiten und wir wissen zum Beispiel, was den Euro-Raum betrifft, dass wir auch nur Vorteile haben. Zum Beispiel, Deutschland ist chronischer Nettozahler der Europäischen Union. Und nun stellt sich die Frage, warum sollten wir die einzigen Deppen auf der Welt sein, die sowas tun? Nein, wir sind nicht alleine, weil man könnte glauben, ja, die Lösung wäre, in die andere Richtung zu steuern. Aber nein, Brasilien und Argentinien planen eine Währungsunion. Und was das bedeutet, erkläre ich euch jetzt. Der südamerikanische Euro. Brasilien und Argentinien planen eine Währungsunion. Diese Meldung ist wirklich frisch. So berichtet NTV darüber. Brasilien und Argentinien prüfen Währungsunion. Brasiliens neue Regierungschef Lula übernimmt seine erste Auslandsreise ins Nachbarland Argentinien. Dort soll ein Mammutprojekt verkündet werden. Eine gemeinsame Währung beider Länder nach Vorbild des Euro. Auch einen Namen gibt er schon. Ich glaube, es ist Sur, das auf Spanisch Süd heißt. Ja, Brasilien spricht Portugiesisch, aber der Rest von Lateinamerika spricht Spanisch. Die Idee wurde bereits 2019 in beiden Ländern diskutiert. Damals gab es aber von der Brasilienischen Zentralbank, Klammer auf, auch von Bolsonaro, Klammer zu, Vorbehalte. Ja, die Vorteile einer neuen gemeinsamen Währung sind für Argentinien am offensichtlichsten. Denn in Argentinien die jährliche Inflation 100% beträgt oder nahezu 100%. Und ich füge hinzu, nicht nur wegen der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Argentinien ist berüchtigt für mehrere Perioden, also in regelmäßigen Abständen steigt die Inflation. Die wird dreistellig. Dann gibt es eine Art Staatspleite mit Schuldzahlungsverweigerung und mit Währungsreform und so weiter. Argentinien ist immer noch da. Ja, kommentieren viele Keynesianer sozusagen. Aber Fakt ist, dass Argentinien, wie auch viele andere Länder Lateinamerikas, insbesondere wegen dieser Problematik nicht oder nicht oder weiteres über den Status des Entwicklungslandes hinauskommen. Ja, Brasilien und Argentinien werden laut Financial Times in den nächsten Tagen den Start von Vorarbeiten für eine gemeinsame Währung verkünden. Und das Ziel, also es gibt zwei Ziele. Nummer eins, den Handel in der Region, sprich in Lateinamerika, verstärken. Und das zweite Ziel ist, die Abhängigkeit vom amerikanischen Dollar zu verringern. Und Moment, was heißt die Abhängigkeit vom amerikanischen Dollar zu verringern? Und das heißt, alle Progressisten hier, alle Linksliberalen haben den Sieg von Lula da Silva gegen den bösen Bolsonaro gejubelt. Deswegen ist es so schlecht jetzt. Was ist da passiert? Also dieser Progressist, der so im Einklang ist mit den Vox-Themen, mit den Themen der Vox-Community, soll auf einmal eine Unabhängigkeit vom US-amerikanischen Dollar anstreben. Wie kann es sein? Und hier berichtet die Welt, Lula hatte in der Vergangenheit der Ukraine eine Mitschuld an dem Krieg gegeben. Und die lateinamerikanischen Links-Diktaturen trotz schwerer Menschenrechtsverletzungen aktiv politisch und finanziell unterstützt. China, ja, China, lobte Lula ausdrücklich wegen seiner schnellen Bereitstellung von Impfstoff während der Pandemie. Okay, wir haben hier ein anderes Bild von diesem super-duper-neuen Präsidenten Brasiliens gegen den bösen Bolsonaro. Ja, Lula ist anscheinend doch kritisch gegenüber dem Westen, was den Krieg in der Ukraine betrifft. Und er lobt lateinamerikanische Links-Diktaturen, obwohl diese genauso wie die reichsgerichteten Diktaturen schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Und China, ja, China, nicht USA, nicht die EU und so weiter. Nein, China ist auf der Seite von Lula, weil dieser im Gegensatz zu Bolsonaro pro Impfung ist. Also, es ist sozusagen ziemlich eindeutig oder vielleicht doch nicht. Vielleicht haben sie die Progressisten eben zu früh gefreut. Und in der Tat, zum Beispiel, was den Krieg in der Ukraine betrifft, hatte Lula schon vor seiner Wahl zum Präsidenten folgendes verlautbart. Biden hätte den Krieg verhindern können, statt ihn zu befeuern. Also, wirklich, er meint nicht nur die USA, sondern eben Joe Biden. So, er hätte mehr reden, mit der Rede sich mehr einbringen können. Er hätte in ein Flugzeug nach Moskau einsteigen können, um mit Putin zu sprechen. Und hier, die USA und die Europäische Union tragen ebenfalls Schuld an den Krieg, sagt Lula. Und sie hätten der russischen Regierung zusichern müssen, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten werde. Das hätte das Problem gelöst, behauptet Lula. Nicht irgendwie ein Putinist auf einem YouTube-Kanal. Also, und er zog den Vergleich mit der Kuba-Krise. Also, damals haben die Amerikaner und die Russen, damals zu Sowjetzeiten, irgendwie verhandelt und vereinbart, die Raketenstellungen aus der Türkei und Kuba zu entfernen, um eine Eskalation zu verhindern. Und weiter geht es hier, das ist immer dieser Lula da Silva, nicht der böse Bolsonaro pro Putin und pro Trump und so weiter. Nein, Lula, der Divus, der neue Star, der Progressisten in Lateinamerika, der sagt, der Regierungschef der Ukraine, also Selensky, sei für den Krieg genauso verantwortlich wie Putin. Selensky habe den Krieg gewollt. Und es sei unverantwortlich, dass westliche Politiker Selensky feiern, anstatt sich auf Verhandlungen zu konzentrieren. Die westlichen Sanktionen, sagt Lula, gegen die russische Föderation beeinträchtigen ungerechtfertigt die Wirtschaft anderer Regionen. Jetzt müssen wir die Rechnung für den Krieg gegen die Ukraine bezahlen. Auch Argentinien und Bolivien werden zahlen müssen. Sie bestrafen also die Sanktionen, bestrafen nicht Putin, sie bestrafen viele verschiedene Länder, sie bestrafen die Menschheit. Wie kann es sein? Lula ist doch woke, oder? Wir sehen hier, Lula will Kampf gegen den Klimawandel zur absoluten Priorität machen, schon vor seiner Wiederwahl. Und der hat das natürlich nach dem Wahlsieg wiederholt bekräftigt. Lula, der frühere und eventuell auch neue Präsident Brasiliens, er ist jetzt Präsident Brasiliens, will dem Klimawandel den Kampf ansagen. Bolsonaro bezeichnet er als schlechte Trump-Kopie. Und wir sehen hier, dass die Queer-Community, also LGBTQ, sich gefreut hat über Lulas Wahlsieg. Aufatmen bei Queers. Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien. Wortlaut, der linke Ex-Präsident Luis Ignacio Lula da Silva hat die Präsidentenwahl in Brasilien gegen den rechtsextremen und querfeindlichen Angst, ähm, Angst, ja, Amstinaba, Jair Bolsonaro mit 50,9% Club gewonnen. Nein, also das ist wirklich, diese Zeitung hier, diese Quelle ist von der Queer-Community und die Queer-Community feiert diesen Mann, der wiederum pro Putin ist. Er hat mehr oder weniger alle Argumente der Putinisten übernommen. Und Bolsonaro dagegen, der böse Bolsonaro und so weiter, ist auf der anderen Seite. Wie kann es sein? Ja, werfen wir mal einen Blick auf das politische Profil, wir sehen hier in Kompass und Lula da Silva, nach den Themen, denn das ist das Wichtigste. Nicht nach Verpackung oder wie im Stadion, wie in der Fankurve. Ja, Lula da Silva ist pro Klimaschutz, also pro Gretinismus, pro LGBTQ, pro Corona-Maßnahmen, pro Corona-Impfung, pro Währungsunion mit dem Euro als Vorbild, pro China und pro Russland. Lula da Silva bestätigt abermals, dass diese einseitige Berichterstattung von den Mainstream-Medien auf der einen Seite und von den alternativen Medien auf der anderen Seite falsch ist. Falsch im Sinne von verzerrt. Man müsste, man sollte einen Politiker, einen Journalisten, einen Influencer, einen Banker, einen Großunternehmer nach den Themen beurteilen, also erstmal ihn gründlich unter die Lupe nehmen und dann ihn anhand der Themen beurteilen, die er vertritt. Wie er zu den verschiedenen Themen steht und nicht einfach irgendwie nach Fähnchen und eventuell euphorisch oder hasserfüllt oder wie auch immer, so nach dem Motto, ja, der ist so und so und der ist automatisch auch für, wer vertritt automatisch auch bestimmte andere Dinge, die dem einen oder dem anderen Lager gefallen. Nein, das ist nicht so. Lula da Silva ist das Paradebeispiel. Ja, er unterstützt die Quer-Community, er unterstützt den Kampf gegen den sogenannten menschengemachten Klimawandel und man könnte sagen, okay, voll auf Linie eben mit der westlichen linksliberalen Demokratie, also mit der linksgrünen Ideologie könnte man meinen. Aber nein, wir sehen, dass er, der gleiche Mann, der gleiche Staatsmann, der gleiche Politiker, eine Währungsunion befürwortet, obwohl Brasilien, man kann die Brasilien mit Deutschland direkt vergleichen, aber Brasilien wird auf alle Fälle mehr Geld reinpumpen gegenüber Argentinien, also gegenüber einem Land, dessen Inflation chronisch sternenhoch ist, sozusagen. Und der gleiche Mann, der gleiche Präsident unterstützt ziemlich eindeutig Corona-Maßnahmen, also Lockdowns und Co. Bolsonaro wollte diese Maßnahmen nicht, er schon, und das war eben der Streit zwischen den zwei Staatsmännern und zwischen den zwei Präsidentschaftskandidaten. Und er unterstützt natürlich massiv die Corona-Impfungen, und zwar so massiv, dass er Lob von China bekommen hat. Ja, Zero-Covid-China, Anal-Covid-Test-China, Sozialkreditsystem-China. Das wiederum angeblich zusammen mit Russland gegen die NWO und gegen das Weltwirtschaftsforum und so weiter und so fort kämpfen würde, ist das angeblich, weil wir eben einen, könnte man sagen, einen ideologischen Interessenskonflikt sehen, der aber keiner ist. Es gibt diese Figuren auf der politischen Bühne und Brasilien ist vielleicht keine Weltmacht, aber eindeutig eine Regionalmacht in Lateinamerika und wird von diesem Mann geführt, der eindeutig sozusagen in beiden Lagern, was bestimmte Themen betrifft, Fuß gefasst hat. Ja, das ist einfach so. Und ich will jetzt nicht wiederholen, was ich jetzt gezeigt habe, aber das ist ein deutlicher Hinweis, dass man eventuell, nein, nicht eventuell, das ist heronisch gemeint, dass es höchste Zeit ist, die Politiker, die bekannten Politiker, und die beschränken mich jetzt auf die Politiker, aber wie gesagt, auch Persönlichkeiten wie Elon Musk gehören auch dazu, Solche Persönlichkeiten erst mal nach Themen zu beurteilen und zu schauen, was vertritt so ein Staatsmann wirklich. Stattdessen geht das Verhalten der Fankurven oder beziehungsweise der Sekten und der Filterblasen weiter. In diesem Sinne, liebe Freunde, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Bitte abonniert meinen Kanal, bitte teilt dieses Video und ja, ich hoffe, ich habe euch irgendwie einen Einblick geben können in diese Thematik. In diesem Sinne, vielen Dank nochmals, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.